Ja, wir wünschen gute Reise. Wer gerne Theaterstücke auf Englisch guckt, der kennt in Hamburg natürlich das Englisch Theater. Seit 30 Jahren schon werden hier an der Munzburg feinste britische Komödien oder auch Krimis gespielt. Der neueste Knaller heißt Thrill, also Nervenkitzel. Und wir treffen jetzt die beiden Schauspieler bei ihrer urbritischen Lieblingsbeschäftigung. Raten Sie mal. T-Time an der Munzburg. Vor einem Monat sind die beiden Schauspieler Guy Wulff und Sebastian Hill von London nach Hamburg gekommen. Bis Ende Juni stehen sie für die Kriminalgeschichte Thrill auf der Bühne des Englisch Theater. Für beide ist es das 1. Mal, dass sie in Deutschland arbeiten. Wir müssen hier viel artikulierter sprechen als in England. Und wir müssen aufpassen, dass wir gut verstanden werden. Hier sind alle sehr präzise und organisiert. Das ist gut, denn es bringt uns dazu, noch disziplinierter zu sein. Das Stück basiert auf der wahren Geschichte von Nathan Leopold und Richard Loeb. Chicago, 1924. Die beiden hochintelligenten Studenten halten sich für Übermenschen im Sinne Friedrich Nietzsches. Und um das der Gesellschaft zu beweisen, töten sie einen kleinen Jungen. Nur aus dem Ehrgeiz heraus, den perfekten Mord zu begehen. Das ist die größte Herausforderung des Stücks. Die Verantwortung in jeder Szene, genau auf den Punkt, 100% da zu sein. Fast 500 britische Schauspieler haben sich beim Casting in London für die Rollen beworben. Die beiden hatten genau dieses, wonach ich gesucht habe, diese Echtheit in allem, was sie getan haben. Guy und Sebastian sind gebürtige Londoner. Beide haben vor 2 Jahren ihren Abschluss an Schauspielschulen gemacht. Musical ist noch Neuland für beide. Ich würde mich nicht unbedingt als Sänger bezeichnen, aber in diesem Musical ist es stimmig. Es geht einfach vor allem um das Psychologische im Menschen. Oh, ich will cure my brother John. My inheritance will grow. You're a lunatic mom. Can we let the subject go? Gestern Abend gab es minutenlangen Applaus. Guy und Sebastian haben es geschafft. Ein gelungener Einstand für die beiden Engländer an der Munzburg. Hamburgs Parks und Grünanlagen sollen sauberer werden. Das hat sich der... ... Untertitelung des ZDF, 2020